Bibi's Beauty Palace hat sich eingepinkelt? Fuck my life! Was passiert? Dieser Video-Ausschnitt geht seit gestern auf allen Social-Media-Plattformen viral. Die gebürtige Kölnerin, die mit Schminken zur Millionärin wurde, zeigte in ihrem neuesten Video einen Aufenthalt im Freizeitpark in Dubai. Im Anschluss besuchte sie einen Club, wo die Situation schließlich völlig außer Kontrolle geriet. Nach unserer sorgfältigen Recherche fanden wir heraus, dass sie sich nicht eingepinkelt hat, sondern lediglich zu dumm ist, um einen Tornaro zu zünden. Hier der Clip.